Wie läuft nochmal das Trainee-Programm bei Elvizia? Der Wechsel von der Uni ins Berufsleben ist ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser. Und man kann von Anfang an richtig viel dazulernen. Okay, das klingt erstmal spannend. Aber welches Trainee-Programm kann man genau machen? Es gibt acht verschiedene Richtungen für Trainee-Programme. Ich mache mein zum Beispiel im Bereich Produkt und Analytics. Cooler Typ. Das Programm tut 18 Monate und ist modular aufgebaut. Okay, also nicht nur die Fachrichtung wählen, sondern auch während dem Programm Entscheidungen treffen. Es gibt sogenannte Pflichtmodule, die anhand von fachrichtigen Forderungen sind. Aha. Und es gibt Wahlmodule, die ich selber mitgestalten kann. Das klingt ja genial. Was sagt der Typ mit dem Cap? Ich finde es super, dass ich während unserem ganzen Programm durch einen Mentor unterstützt worden bin. Hey Marisa. Wie und das war's? Auch die Community und unsere Trainees, die durch Events und Workshops entstanden sind, bieten nur noch Stützung und schätze ich sehr. Als Trainee geniesst man grosses Vertrauen. Vertrauen klingt gut. Was heisst das konkret? Man kann selbstständig an Projekten arbeiten, kann Sachen ausprobieren und man darf also auch Fehler machen. Es wird von einem erwartet, dass man auch eigene Ideen einbringt, ganz egal, wie verrückt sie sind. Alter. Hauptsache Mut und Herzblut. Ich als Mensch stand bei Helvetia im Vordergrund. Und auch jetzt in der Begleitung in meiner Festanstellung in der Funktion als Marktforscherin. Wie? Und die anderen zwei haben sie auch übernommen? Und auch bei den anderen geht's weiter. Beispielsweise als strategische Assistent CEO oder als Risk Manager. Und unser Trainee-Netzwerk bleibt sicherlich bestehend. Okay, ihr habt mich. Ich will mich mal bewerben. Einfach klar Helvetia